Ich bin drauf. Ja, ich bin da. Zwei. Die Tastern, also die Reviven, die sind zu dritt da drauf. Das sind drei Mediums. Einer. Zwei. Nice. Richtig. Kommt der Unsichtbare, muss drauf. Ja, jetzt kommt Orange. Ah, ich bin tot. Ja. 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 Ja, das frag ich mich schon die ganze Zeit. Ja. 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 Ich bin nur auf Straight Off Demo gefahren. Nope, F6. Ja, also, das ist böse. Ich kann niemanden anderen, also, das ist ein guter Job. Let's go. Ich kann niemanden anderen. Ich kann niemanden anderen hier. Kannst auch mal mit spielen, ne? Mindestens das. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist ne Münze, Digga. Hier, damit der Hummer mit dir spielen geht, Alter. Digga, es gibt ein Blitz-E-Sport-Pack. Oh mein Gott, ist das schön. Großartig. Ich kümmere mich darum. Novitas te li, Magnosa. Enzunanen, no michen, no zerdatem jedomo. Oh je, Rachar. Hey. Du Kass. Oka-sammer-ilin? Lass sie in Ruhe. Wir wollen nur nach Hause. Selentas. Et jusses tumetassem. Leg auf den Boden. Tu einfach, was sie sagen. Nö. Ey. Wer in Deutsch, du spaßt. Ich geh zu deiner Mom, du Bitch. So wie der Rest von dem Bumsdorf hier. War doch schon mal jeder drin in seiner Mom. Ist doch wahr. Was ist denn nicht alles wahr? Ah, cool. Hier. Ja, diese Reichweite. Was bist du? Influencer. Badum. Tsssss. Fick's auch. Hier komm schon, Mann. Warum bist du so? Der war scheiße, hast du verdient. Der war nicht scheiße, der war gut. Das ist einfach kein Humor. Sobald es so scheiße war. Du hast Humor nicht gelevelt, du hast keine Ahnung von Humor. Das sind beide. Ich hab das mindestens auf plus acht. Ne, das war Arcan-Energie. Das Recht, ich geh bloß nicht in Deckung. Hinter den Tisch. Idiot. Spielst du seit fünf Stunden Uncharted oder hat es davor was anders gezockt? Davor habe ich Rocket League gespielt. Uncharted spielen wir jetzt seit knapp anderthalb Stunden. Das ist die zweite Folge, die ich gerade für YouTube aufnehme. Deswegen, alles was du verpasst hast, kannst du auf YouTube nachgucken. Nein, ich war komplett entspannt. Er wurde vom Schiedsrichter suspendiert. Der hat der ja immer. Nein, der hat nicht immer. Der hat sonst immer blau. Also gestern, der hat der ganze Zeit blau gehabt. Weißt du noch, gestern rot war doch auf dem zweiten. Warum siehst du so hässlich aus, Digga? Wer hat dir ins Gesicht gerotzt, Mann? Digga. Digga, dafür zieht die Maske jetzt an. Erschloch. Das ist das Bild jetzt nicht. Hä, wieso kann ich nicht sprinten? Achso, ich will echt. Ja, wie wär's, wenn du den ablegst? Digga, das ist Training. Hallo. Ich röchte mich. Oh nein. Ach ja, ich hab den High Ground. Er fickt mich trotzdem, Alter. Was willst du? Burger? Chris. Was willst du? Burger? Kein Problem, Junge. Guck mal hier. Nur für dich. Chris jetzt. Das ist doch scheiße. So, wir haben zu. Tschüss. Gut Hilfe, da ist ein Burger für dich. Hey, sieh da. Machen Sie die Tür auf. Bitte. Oh. Ja, Bro, das wird nix. Ach, das ist mit Eddie passiert. Ah, okay. Ja, dann kannst du ja gar nichts dafür, Eddie. Das wusste ich halt nicht. Ach, guck, hier ist noch ein Tor. Kiste, 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 Kiste. Du, 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 du. L Komm, du, 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 du... Digga, man merkt auf jeden Fall, dass wir Soul-Spieler sind, Alter. Geistige Behinderung einfach auf 100% belevelt. Vorprogrammiert, Alter, ja, ja. Ja, sieh, siehst du, ist uns nichts mehr, ne? Scheiß auf Vitalität, auf Stamina, ist alles egal. Einfach erst mal Behinderung leveln. Ja. Komm, 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 ist gut. Okay. Oh, Mann. Sei noch. Okay. Das geht rein. Wie funktioniert sowas? Das darf nicht sein, Digga. Oh, ich trotz ab, Alter, ey. Was? Nix? Was müssen wir machen? Ich hab dir was mitgebracht. Hier. Dankeschön. Ich hab dir auch was mitgebracht. No, nicht schon wieder. Du Boxer! Fandest du mein Geschenk? Ah, war schön. Leute, könnte ich hier Unterstützung haben, bitte? Natürlich. Könntest du haben, ja. Wenn der Spasti nicht auf mich schießen würde. Ich hör schon mal so eine Rakete dafür. Ja. Oh Gott. Ich krieg ein Kind. Hm. Ich weiß. Wer ist der Vater? Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind.